Händchen halten mit ihrem Ehemann gehört für Melania Trump ja bekanntlich nicht zu ihrer Lieblingsbeschäftigung. Immer wieder geraten US-Präsident Donald Trump und seine First Lady deshalb in die Schlagzeilen. Nun scheint das Ex-Model einen neuen Trick zu haben, um dem Körperkontakt mit ihrem Mann zu entgehen. Als die Präsidentenfamilie nach den Feiertagen in Florida zurück ins Weiße Haus kehrt, trägt Melania knallrote Lederhandschuhe. Eigentlich nicht zwingend notwendig bei einer Abendtemperatur von 10 Grad in Washington. Erfüllen die Handschuhe also möglicherweise einen anderen Zweck? Zwar kommt die 48-Jährige ums Händchenhalten mit Donald nicht herum, doch so vermeidet Melania auf jeden Fall direkten Körperkontakt. Da zeichnet sich sogar ein leichtes Lächeln auf den Lippen der First Lady ab. Ob sie sich hier wohl freut, dass ihr neuer Trick funktioniert? Clementika Greiflauch מ� statist Barkila Greiflauch se凶ts super talk ?